Heute im Interview zu Gast ist Bornheims, man muss sagen, noch Bürgermeister Wolfgang Hänseler. Hallo Herr Hänseler. Hallo, grüße Sie. Wir fangen mal ein bisschen mit den persönlichen Sachen an. Sie sind 1952 geboren, nicht ganz in Bornheim, in Erftstadt. Das ist ja quasi vor den Toren sozusagen. Sie sind aber seit 1981 in Bornheim. Wie ist es da hingekommen? Ach, durch einen Zufall. Meine damalige Freundin und ich, wir haben eine Wohnung gesucht. Damals war es wahrscheinlich noch einfacher als heute. Ja, aber auch nicht ganz einfach. Und Freunde von uns wohnten in Walwerberg, direkt unterhalb des Klosters, damals noch bestehenden Klosters in Walwerberg. Und hatten gerade einen Bauernhof in Tüdern gekauft und gesagt, wollt ihr nicht unsere Wohnung übernehmen? Ja, und gefiel uns sehr gut. Die Lage war hervorragend. Und dann haben wir mit dem Vermieter gesprochen. Und der hat dann auch nach der Frage, wollt ihr denn mal heiraten, uns dann die Wohnung tatsächlich vermietet. Damals war das noch wichtig. Damals war das noch. Damals war das noch wichtig. Inzwischen sind Sie verheiratet. Aber nicht mit der damaligen. Mit der damaligen. Nein, nicht. Sie haben drei erwachsene Kinder. Mittlerweile wohnen in Bornheim, in Kardorf, wenn ich das richtig gelesen habe. Genau, im Zentrum Bornheims. Genau. Es hätte Sie damals auch ganz woanders hintreiben können, denn Sie haben Ihre berufliche Karriere eigentlich in Köln gemacht. Bei der Stadt Köln. Das heißt, es hätte auch Rodenkirchen oder Lindenthal sein können. Glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass ich immer so ein Stück orientiert war außerhalb der Stadt. Also aufs Land quasi. Ja, diese Kombination, die glaube ich ganz viele Menschen schätzen, aus Nähe zur Stadt, aber gleichzeitig im Grünen wohnen, das war mir auch immer ganz wichtig. Und wenn man, glaube ich, dann einmal in Bornheim angekommen ist, dann ist man so begeistert davon. Mir ist es zumindest so gegangen. Und ich habe gerade vor kurzem erst mit jemandem gesprochen, dem das dann erst 2005 auch so gegangen ist. Also ich glaube, diese Nähe zu Köln und Bonn, gute Verbindungen und trotzdem sehr schön im Grünen zu wohnen, im Hofladen einkaufen. Also das ist sicherlich was, was ich sehr schätze. Kommen wir gleich noch ein bisschen zu den Vor- und vielleicht auch Nachteilen von Bornheim. Sie haben, ich habe es eben schon gesagt, 1969 haben Sie angefangen in der Verwaltung zu arbeiten als Verwaltungspraktikant. Und da kann man kurz zurückrechnen, das ist schon ein bisschen her. Sie sind seitdem in der Verwaltung geblieben. War das eigentlich Ihr Traumberuf, dass Sie gesagt haben, das ist so ein bisschen das, was mich begeistert? Oder hätte es auch was ganz anderes werden können? Also wenn man mit 17 dann damals einen Beruf gesucht hat, dann gab es so zwei Alternativen. Zur Bank oder in die Verwaltung mit meinen Interessen, muss ich dazu sagen. Dann bin ich bei der Berufsberatung der Arbeitsverwaltung damals gewesen und man hat mir gesagt, naja, mit der Englischnote kommen Sie bei einer Bank nicht unter. Und dann habe ich mich mal bei drei Behörden, damals bei der Bezirksregion, beim Landschaftsverband und der Stadt Köln beworben, bekamen glücklicherweise drei Zusagen. Die Stadt Köln waren a die Ersten und b die mit einem klar erkennbaren Standort. Und dann habe ich mich auch wegen der Vielfalt eigentlich der unterschiedlichen Bereiche, die so eine Stadt hat, dann für die Stadt Köln entschieden. Sie sind bis 2004 da geblieben, bis Sie dann hauptamtlicher Bürgermeister geworden sind und haben da auch, ich glaube, das kann man so sagen, Karriere gemacht. Also haben sich hochgearbeitet, waren dann am Ende auch Amtsleiter in dem Bereich. In Ihrer Zeit, die Sie da zurückblicken, hat Sie das schon so ein bisschen vorgeprägt auf das, was Sie dann vielleicht, wenn man das vermessen sagen kann, in etwas kleineren Maße dann in Bornheim als oberster Chef ausführen mussten? Also Amtsleiter war ich noch nicht, sondern die Stufe da drunter. Aber es ist richtig, genau das. Also ich habe immer gesagt, wenn man wie ich kommunalpolitisch interessiert ist, ich war seit 1989 im Rat, vorher schon sachkundiger Bürger. Und dann ist diese Kombination, Verwaltung zu können, gelernt zu haben und auch Führungsaufgaben wahrgenommen zu haben, das ist dann im Grunde genommen mit dem politischen Interesse, mit dem kommunalpolitischen Interesse, glaube ich, die ideale Kombination. Und es hat mir wirklich und bis heute hilft mir meine Ausbildung und meine Erfahrungen bei der Stadt Köln schon sehr. Manchmal necken mich die Kolleginnen und Kollegen ein bisschen, wenn ich dann wieder ein Beispiel aus Köln bringe. Aber es ist schon, es prägt natürlich schon sehr. Aber wie gesagt, es hilft auch. Sie haben es gesagt, Sie sind seit 30 Jahren kommunalpolitisch unterwegs, als sachkundiger Bürger seit 1989 auch im Stadtrat. Liegt dieser Schritt in die Politik nahe, wenn man die Stadt, auch eine andere von innen kennt und sagt, ah, ich versuche hier mein Bestes, manches läuft falsch, ich möchte da einfach gerne auch selber mal sagen, ich kann ja auch ein bisschen was verändern. Ist das der naheliegende Schritt? Also ich bin, glaube ich, in meinem Leben immer seit meinem 14., 15. Lebensjahr aktiv gewesen. In der katholischen Jugendarbeit, dann bei den Jusos, seit 1974 in der SPD. Und ich war immer politisch interessiert. Und das war für mich eigentlich das Ausschlaggebende, dann auf der kommunalen Ebene, wo man auch sieht, was man macht. Wo man auch nah bei den Bürgern ist, das dann zu machen und den Schritt zu machen. Also ich habe auch schon in meiner Erftstädter Zeit aktiv politisch gearbeitet. Also insofern war das eigentlich nur, als ich dann so ein bisschen die Menschen kennengelernt habe in Bornheim, auch die SPD-Mitglieder kennengelernt habe, war das dann eigentlich so ein Schritt, den ich gerne gehen wollte. Da nochmal die Frage, Sie sind in einer Gegend geboren und aufgewachsen, die man eigentlich eher heutzutage noch so ein bisschen als konservativ CDU-nah beschreiben würde. Natürlich haben Sie die 68er-Zeit mitgemacht. Sind Sie durch Willy Brandt in die SPD gekommen? Hätte es auch die CDU sein können? Ne, es hätte, glaube ich, nie die CDU sein können. Aber es ist richtig, Willy Brandt und überhaupt die Diskussion damals hat mich schon zur SPD gebracht. Ich glaube, in Köln, wo Sie gearbeitet haben, war ja auch eigentlich eine SPD-Hochburg damals. Ja, aber ich bin, glaube ich, zur SPD gekommen über die katholische Jugendarbeit. Das ist außergewöhnlich eigentlich, ja. So seltsam wie das klingt. Damals war die KJG, in der ich war, sehr stark, auch durchaus politisch geprägt. Viele Themen, die uns auch heute beschäftigen, waren damals ein Thema, die Notstandsgesetze, der Vietnamkrieg und solche Dinge. Die Atomkraftnutzung, das waren eigentlich alles Themen, die mich damals schon geprägt haben. Das Lustige war, mein Vater war CDU-Ratsmitglied und ist nachher Mitglied der SPD geworden. Den haben Sie überzeugt. In älteren Jahren. Also von daher, glaube ich, waren, glaube ich, so die, also einmal die Jugendarbeit, aber auch die äußeren Einflüsse und die Themen, die wir damals diskutiert haben, die mich vor allen Dingen in die SPD gebracht haben. Sie haben dann die Karriere gemacht. Sie haben es gesagt, sachkundiger Bürger waren Sie, Sie sind Stadtratsmitglied geworden 1989. Sie waren stellvertretender Bürgermeister, lustigerweise unter Ihrem, das kann man heute nochmal sagen, unter Ihrem Namensvetter, der aber weder persönlich noch parteipolitisch mit Ihnen verwandt ist. Der ist nämlich CDU-Mitglied gewesen. Wie ist das dann, wenn man weiß, da kommt jetzt eine Kommunalwahl auf uns zu und da wird jemand gebraucht, der antritt. Ist das dann logisch, dass die Partei auf Sie zukommt, weil Sie der Stellvertreter sind? Wie ist das damals, wer ist da gekommen und hat gesagt, Wolfgang, wir brauchen da jemanden? Also wir haben uns natürlich unterhalten, aber zu Beginn und vor meiner Nominierung, wie das manchmal so in der SPD ist, hat es dann prompt Knatsch gegeben. Und ich war dann tatsächlich schon auf dem Weg zu sagen, wenn ihr mich nicht wollt, dann lasst es. Und dann mache ich meinen Weg weiter in Köln. Und dann gab es einen großen Aufschrei, sowohl in der Öffentlichkeit als auch innerhalb der Partei. Ich erinnere mich noch, dass damals geschrieben wurde, die SPD lässt ihr bestes Pferd im Stall zurück. Und das hat dann eine Diskussion innerhalb der Partei gegeben. Wie ich fand, damals sehr konstruktiv, weil es anschließend dazu geführt hat, dass wir 2-4 einen ausgezeichneten Wahlkampf gemacht haben. Und zwar alle dann. Also man hat nach einer Diskussion, ich würde schon fast sagen nach einem Streit, dann glaube ich sehr viel besser zusammengefunden als vorher. Und ich kann mich nur auch heute noch bedanken bei all denjenigen, Sebastian Hartmann zum Beispiel, unser SPD-Landesvorsitzender gehört dazu, die mich damals unterstützt haben. Also das war toll. Wir haben einen tollen Wahlkampf gemacht. Die absolute CDU-Mehrheit damals gebrochen und Bornheim zum ersten Mal einen Nicht-CDU-Bürgermeister gegeben. Also das war schon eine spannende und interessante Zeit und wirklich dann auch ein sehr geschlossenes Miteinander in der SPD. Wie stellt sich denn, Sie haben es eben angesprochen, Sie sind seit 2004 Bürgermeister. Das sind jetzt 16 Jahre, werden es am 16. Oktober sein. Die werden Sie also noch erleben, weil die Amtszeit glaube ich erst Ende Oktober offiziell aufhört. Die werden Sie also auf jeden Fall im Amt noch erleben. Sie sind zweimal wiedergewählt worden 2009, 2014, aber das ist vielleicht so ein, hat vielleicht so Perfektion gefehlt. Sie haben nie als SPD die Ratsmehrheit geholt. Sie hatten immer die CDU-Vorsitzenden. Wie ist das als Bürgermeister, wenn man dann wieder sieht, ach Mist, jetzt ist schon wieder die Möglichkeit, ich sag das mal, ich glaube das war Gerhard Schröder, der das gesagt hat, durchregieren, ist dann schwierig. Weil man immer wieder sagen muss, da müssen wir Kompromisse finden, mit wem dann sich die CDU auch immer eine Koalition gesucht hat. Wie ist das als Bürgermeister? Sagt man dann, ich schaffe das trotzdem oder ist das erstmal, wo man denkt so, ach das stört jetzt ein bisschen? Also in der ersten Amtszeit haben wir ja ein sogenanntes Bundesbündnis gehabt, das dann mit einer Stimme Mehrheit mich unterstützt hat. In der zweiten Amtszeit hatten wir dann wieder veränderte Mehrheiten und jetzt in der dritten hatten wir am Anfang gar keine Koalitionen. Dann anschließend hat sich sowas, eine Koalition gebildet und im Grunde genommen ist das, finde ich, für den demokratischen Prozess eine tolle Erfahrung. Weil man muss eben miteinander reden und man muss Kompromisse finden und man muss aufeinander zugehen. Und ich glaube, dass das was ist, was Demokratie immer gut tut. Also dieses Durchregieren, das ich ja erlebt habe bei der absoluten CDU-Mehrheit, wo wir Anträge stellen konnten, die wurden immer abgelehnt und kamen möglicherweise drei Monate später von der CDU in leicht abgewenderter Form wieder. Das ist, glaube ich, ein frustrierendes Miteinander. Heute, wenn ich meinen Rat betrachte, dann haben wir, glaube ich, untereinander ein deutlich besseres Verhältnis, als ich das 2004 oder auch davor erlebt habe. Und deshalb kann ich nur sagen, absolute Mehrheiten sind, glaube ich, nicht so toll. Wenn man als Bürgermeister sie hinter sich hat, dann muss man nur innerhalb der Partei diskutieren oder innerhalb der Fraktion. Das ist vielleicht dann ein bisschen einfacher, aber ich sage jetzt mal, für die Demokratie und die Entwicklung einer Stadt, einer Kommune, ist das, was wir jetzt haben, durchaus aus meiner Sicht besser. Ich glaube, man kann da nur mal einen Blick hier nach Bonn werfen, dass auch der CDU-Oberbürgermeister nicht immer auf seine Partei zählen kann. Das aber nur mal so am Rande. 16 Jahre liegen hinter Ihnen. Wieso jetzt der Schritt zu sagen, nee, die nächsten Jahre, das soll jetzt mal jemand anderes machen? Was war der Grund? Weil ich sonst die rote Karte meiner Frau gezeigt bekommen hätte. Nein, also wenn man 51 Jahre gearbeitet hat, wenn man jetzt in wenigen Tagen 68 wird, dann glaube ich, sollte oder ist meine Überzeugung, dass ich dann schon sage, jetzt ist gut, jetzt fängt ein neuer Abschnitt an. Ich will auch neue Erfahrungen machen. Und ich habe immer gesagt, ich möchte dann aufhören, wenn ich so das Gefühl habe, die Leute sagen noch nicht, wann hört der Alte denn endlich auf? Und deshalb glaube ich, ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Wenn ich manche Aufgeregtheiten in den sozialen Netzwerken erlebe, dann sage ich Gott sei Dank, höre ich dann auch auf. Nein, also ich glaube, mit 51 Berufsjahren und 68 Jahren darf man was anderes noch machen. Wir kommen auf ein paar Bornheimer Themen zu sprechen. Ich habe mir die Stadt angeguckt. Ich bin gerne in Bornheim, wie Sie eben gesagt haben, ich bin ein leidenschaftlicher Hofeinkäufer und komme dann immer aus Bonn sehr gerne mit dem Fahrrad nach Bornheim gefahren. Was mir immer auffällt, ist, dass die Stadt immer noch so ein bisschen getrennt wirkt. Sind das die Nachfolgen noch von 1969, dieser kommunalen Neugliederung, dass man immer noch sagen kann, es ist schon ein Unterschied, ob man in den hier bei uns im Sender legendären Rheinorten, in Widdich zum Beispiel ist, oder ob man auf dem Berg in Brenig oder irgendwie sowas ist. Wie sehen Sie das als Bürgermeister? Also ich glaube, Bornheim hat ja anders als andere Städte in der Nachbarschaft, die Brühler oder die Rheinbacher, eine sehr dezentrale Struktur. Und so wie wir linksrheinischen Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis, sechs von 19, das Gefühl haben, naja, Siegburg liegt rechtsrheinig und der Blick von Siegburg, auch aus dem Kreis aus, geht dann mal zuerst in die direkte Umgebung. So ist das, glaube ich, auch vom Gefühl her auch in Bornheim noch so. Also ich erinnere mich immer an ein Gespräch mit einem Bürger aus den Rheinorten, der mir sagt, ihr tut ja nichts für die Rheinorte. Und dann habe ich so nach und nach aufgezählt, was wir alles getan haben und wo wir investiert haben, in die Schule, in die Kindergarten, in die Rheinhalle. Und dann sagt er, und sonst? Und dann habe ich noch was aufgezählt und dann hat er gesagt, ach, hör auf. Also daran merkt man, glaube ich, dass so, da ist auch ein Gefühl drin. Und das ist auch nach der langen Zeit der kommunalen Neugliederung noch nicht so ganz weg. Ich glaube, dass Kommunalpolitik darauf ganz besonders achten muss und die dezentrale Struktur, die wir haben, ist sicherlich ein Nachteil, weil wir kein richtiges Zentrum haben. Aber sie ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil, wenn ich sehe, was in den einzelnen Orten alles los ist. Und das zu fördern, zu unterstützen, nicht nur in Bornheim und Rosdorf, da wo das Rathaus steht, sondern eben auch in Walwerberg oder in Willig oder in Hersel oder oben im Berg, oben in Hemmerich. Das ist, glaube ich, ganz besondere Aufgabe von Bürgermeisterverwaltung, aber auch vom Rat. Und ich weiß, dass gerade die größeren Fraktionen, gerade die größeren Parteien großen Wert darauf legen, diesen regionalen Proporz auch hinzubekommen. Und ich würde es dann auch nicht als Kirchturm-Denken ansehen, sondern ich sehe es wirklich als wichtige Aufgabe, das, was in den einzelnen Orten passiert, das ist ein Wahnsinn, dass wir das auch weiter stärken und als Stärke dieser Stadt ansehen. Sie haben auch als Gesamtstadt mehrere Dinge in den letzten Jahren groß entwickelt. Sie haben neue Gewerbegebiete erschlossen, hier in Rosdorf-West zum Beispiel, mit neuer Umgehungsstraße, auf die viele lange gewartet haben, weil es Jahre gedauert hat, bis die endlich fertig war. Bornheim ist eine beliebte Wohnlage, weil natürlich es da auch schwierig ist und auch teurer wird, aber immer noch besser ist als irgendwo in Bonn. Würden Sie da sagen, was diese Geschichten angeht, da haben wir alles richtig gemacht, denn Bornheim ist beliebt bei Gewerbe wie auch bei Menschen zum Wohnen? Also man macht glaube ich nie alles richtig, sondern wenn ich Dinge betrachte und ich sitze ja mit meinen Kolleginnen und Kollegen immer wieder zusammen, dann gibt es noch so viel in die Zukunft hineingeschaut. Und ich werde es am 3.9., wenn wir den Haushalt einbringen, auch nochmal deutlich machen, da gibt es sicherlich noch eine ganze Menge zu leisten, aber es ist klar, wir haben 4.000 neue Arbeitsplätze in den Jahren jetzt geschaffen. Wir sind ein beliebter Wohnort, haben 100 Hektar Wohnbaufläche im Flächennutzungsplan entwickelt und noch zu entwickeln. Da würde man sich, und das ist was man glaube ich auch als Bürgermeister braucht, Ungeduld. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass das alles viel schneller geht. Auch die Infrastruktur, die ja bei einer wachsenden Kommune mit wachsen muss, Kindertagesstättenplätze zu schaffen, das sind so Dinge, da haben wir ja einiges vor der Brust. Wir haben mit dem Kämmerer die Tage nochmal zusammengesessen und gesagt, in den nächsten fünf Jahren haben wir 170 Millionen Investitionen, davon 120 Millionen in Schulen und Kitas vor der Brust. Und das sind natürlich alles Dinge, die gemacht werden müssen, aber insgesamt finde ich, hat Bornheim seine Chancen mit der Lage zwischen Köln und Bonn hervorragend genutzt. Und ich erlebe ja immer wieder Menschen, die nach längerer Zeit zu uns kommen und sagen, das ist ja gar nicht wiederzuerkennen, was sich hier alles getan hat. Also da glaube ich, dass wir eine Menge guter Dinge, aber ich sage auch gemeinsam, also das ist ganz wichtig, dass eine Verwaltung mit 600 Menschen daran arbeitet, dass aber auch ein Rat mit 48 Ratsmitgliedern dazu gehört, um das alles so zu stemmen, entsprechende Beschlüsse zu fassen und miteinander einen Weg zu finden, um so eine Entwicklung zu lenken und zu steuern. Kommen wir zu den Dingen, die vielleicht nicht ganz so toll funktionieren. Eine Sache, da können Sie persönlich oder politisch auch nicht alles daran ändern, das ist die Haushaltslage, die Sie eben angesprochen haben. Die ist bei nahezu allen Städten und Gemeinden hier in der Region, ich würde fast sagen, katastrophal und schwierig. Wie soll das da weitergehen? Weil die letzten Jahre ging es langsam besser, jetzt kommt Corona und es fängt eigentlich alles wieder von vorne an. Ja, ja, also das ist so ein weinendes Auge, das ich habe, weil wir haben tatsächlich in diesem Jahr, also 2020, einen ausgeglichenen Haushalt geplant und wir werden ihn wahrscheinlich auch erreichen. Aber alles das, was jetzt durch Corona kommt und bei uns sind, haben wir mal hochgerechnet, bei einem Gesamtetat von 120 Millionen, die wir haben, etwa 7, 6, 7 Millionen in jedem Fall, in jedem Jahr, die uns fehlen. Die wir dann jetzt nach dem, was die Landesregierung uns vorgegeben hat, dann auf 50 Jahre abschreiben können. Insofern wird das möglicherweise dazu führen, dass man doch die Haushalte ausgeglichen bekommt. Aber die Finanzsituation der Kommunen, nicht nur bei uns, ist wirklich ein riesengroßes Thema und Problem, wenn wir alleine nur die Flüchtlingskosten, die uns eigentlich im Flüag zustehen, wenn wir die bekämen, dann wären wir schon ein ganzes Stück zufriedener und könnten den Haushaltsausgleich auch ein ganzes Stück besser gewährleisten. Aber Corona hat uns da schon eine Menge Sorgen bereitet. Das heißt aber, Sie sehen da auch dann das Land oder im Zweifel den Bund in der Pflicht zu sagen, da müssen wir jetzt helfen, weil das kann halt so nicht funktionieren. Also der Bund hat es ja jetzt bei der Gewerbesteuer auf den Weg gebracht. Da warten wir mal, was da konkret bei uns ankommt. Es gibt sicherlich auch einige andere Hilfen und Unterstützung, auch Förderprogramme. Aber der große Batzen, der bleibt bei den Kommunen hängen und da würde ich mir schon wünschen, dass die Verbundmasse etwa vom Land ein Stück erhöht wird. Und die Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die ja fast alle, bis auf wenige Ausnahmen, Langenfeld und Düsseldorf und einige wenige andere Kommunen, die haben dann vielleicht keine Probleme. Aber die meisten Kommunen auch im Rhein-Sieg-Kreis könnten diese Unterstützung des Landes dringend brauchen. Eine Sache habe ich rausgesucht, die mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben ist, wo es meiner Meinung nach auf jeden Fall, wo man sagen könnte, das ist alles im Prozess schwierig gelaufen, wo ich Sie nochmal fragen wollte um Ihre Meinung. Das ist der Streit um das Einkaufszentrum in Rosdorf. Das wird Ihnen wahrscheinlich auch noch im Kopf geblieben sein, samt Bürgerbegehren, das letztendlich gescheitert ist und Prozess vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Sind das so Geschichten, wo man dann im Nachhinein zurückdenkt und denkt, ach hätten wir da besser nochmal miteinander gesprochen und hätten uns den ganzen Ärger gespart? Weil wenn man jetzt auf das Ergebnis guckt, da ist plötzlich kein Protest mehr, weil alle damit zufrieden sind. Aber wieso vorher erstmal das lange Theater? Ach ja, ich glaube, das ist ja nicht nur bei dem Thema, das ist bei der Umgestaltung der Königstraße so gewesen. Wenn ich da kurz einhaken darf, um das zu erklären, da ging es darum, dass die Straße zu einer Einbahnstraße gemacht wurde, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Und dann wird es eine Umleitung, das heißt die Verkehrsführung hat sich geändert, waren viele Einzelhändler auch unzufrieden. Ja, und auch da sind Unterschriften gesammelt worden und ich glaube manchmal, also wir haben wahnsinnig viel über diese Themen diskutiert, auch mit den Vertretern des Gewerbevereins. Bei manchen Dingen, glaube ich, muss man dann irgendwann auch eine Entscheidung treffen und muss die Entscheidung, die dann getroffen wird, umsetzen. Ich habe es selber bei der Königstraße erlebt, dass mich Damen angesprochen haben, nachdem sie fertig war und haben gesagt, Herr Hänseler, wir haben damals unterschrieben, wenn wir gewusst hätten, wie das dann wirklich wird nachher, dann würden wir heute noch unsere Unterschrift wieder zurücknehmen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass einige von denen, die beim Bürgerbegehren unterschrieben haben, heute da einkaufen gehen. Also das ist sicherlich, also da ist, glaube ich, wichtig, dass Kommunalpolitik auch eine Zeit hat, diese fünf Jahre zum Beispiel, in der sie Dinge umsetzen kann und nicht jedes Jahr dann immer wieder neu diskutiert wird, sondern dass man dann eben nach fünf Jahren sagt, ist das, was wir in der Zeit gemacht haben, gut geworden oder wollt ihr eine andere Mehrheit haben und die macht es dann möglicherweise anders. Aber man muss, glaube ich, Projekte, von denen man überzeugt ist und für die man dann auch eine Mehrheit bekommt, die muss man dann auch wirklich umsetzen. Ist das eine Geschichte, Sie haben das ganz am Anfang des Interviews schon mal angesprochen, wo Sie jetzt sagen, das wird im Moment auch schwierig, weil sich die Situation mit der Bevölkerung einfach verändert, weil im Moment viel mehr Leute, sei es im sozialen Netz, aber auch so auf die Straßen gehen und erstmal grundsätzlich dagegen sind und sich vielleicht von Verschwörungstheorien oder Ähnlichem leiten lassen, dass Sie sagen, es wird auch für die Politik immer schwieriger, gute Ideen, wo man vielleicht streiten kann, um Details durchzubringen. Ja, ich glaube, wir haben ja auch darüber gesprochen, Projekte dauern lang und wenn ich jetzt immer auf das kurzfristige Meinungsbild schaue, dann komme ich nicht zu Ergebnissen, dann komme ich auch nicht zur Umsetzung, denn dann richte ich mich jeden Tag oder jeden zweiten Monat nach irgendeiner neuen Facebook-Mehrheit oder höre, was in den Netzwerken gesagt wird. Ich glaube schon, dass das Kommunalpolitik schwieriger macht, weil natürlich auch die Kommunalpolitik ein Stück damit lebt, was wird in den Netzwerken gemacht. Aber ich glaube, da brauchen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker auch ein starkes Rückgrat, um dann manchmal auch ihre Entscheidungen umzusetzen und durchzusetzen. Stichwort starkes Rückgrat. Sie haben schon vor einiger Zeit, einigen Monaten gesagt, ich höre auf bei der Kommunalwahl. Dann haben Sie sich wahrscheinlich Ihr letztes Jahr oder letztes halbes Jahr im Amt gedacht, doch, das ist ganz schön, ich gehe nochmal zum Karneval, ich lasse mich nochmal feiern, ich gehe nochmal die Kirmes abgucken. Und dann kam irgendwann jemand vom Gesundheitsamt zu Ihnen und hat gesagt, ja, Herr Hensler, wir machen jetzt mal alles dicht. Hätten Sie sich das jemals träumen lassen, dass sowas passieren könnte? Nein, nein. Also bei der Flüchtlingswelle 2015, da war es noch so, dass man Erinnerungen hatte, als aus dem ehemaligen Jugoslawien die Flüchtlingsströme kamen und gleichzeitig die Aussiedler und wir dieses Thema zu bewältigen hatten. Und da konnten wir uns ein Stück daran erinnern. Aber Corona ist wirklich was, wo ich gesagt habe, das nehme ich jetzt als Erfahrung in meinen 51-jährigen Verwaltungserfahrungsschatz noch mit rein. Aber das hat schon uns alle schon sehr getroffen und manchmal auch unvorbereitet getroffen. Also das will ich durchaus eingestehen. Und deshalb kann ich nur im Nachhinein sagen, so wie wir das bewältigt haben, im Kreis, aber auch bei uns in der Stadt, aber auch in der ganzen Bundesrepublik, das ist schon toll. Und es hat sicherlich eine Menge Aufwand bewirkt und macht uns immer noch großen Aufwand. Aber es ist eine interessante Erfahrung. Ende Oktober hören Sie nach 16 Jahren als Bürgermeister auf. Ich habe mir aufgeschrieben, Sie sind, das weiß man natürlich, Fan des 1. FC Köln. Und Mitglied. Mitglied sogar, wird viel Zeit für sein. Und Sie fotografieren ganz gerne. Da wird dann also auch wahrscheinlich mehr Zeit für sein. Wenn Sie auf die Stadt gucken, Sie werden ja auch in Bornheim wohnen bleiben, nehme ich mal an. Wenn Sie auf die Stadt gucken, in vier, fünf, vielleicht in zehn Jahren, was sind Ihre Zukunftsvorstellungen für die Stadt? Was sollte sich Ihrer Meinung nach noch verbessern, um die Stadt noch weiter nach vorne zu bringen? Also ich glaube, dass wir sicherlich, was den Wohnungsmarkt betrifft, einiges tun müssen, weil es schon für junge Familien, Sie haben gesagt, ich habe drei erwachsene Kinder, ersten Enkel. Und da merkt man, wie schwierig es ist, für junge Leute bezahlbaren Wohnraum zu finden, ob als Eigentum oder als Mietobjekt. Also in Sachen Wohnraum muss sich sicherlich was tun. Und wir müssen vor allen Dingen in Sachen Infrastruktur, Kindertageseinrichtungen und Schulen, wir planen in Märkten den Neubau einer neuen Gesamtschule, also in dem Bereich. Und da sieht man, da planen wir jetzt über Zeiträume, dass die 2026 fertig sein soll. Also am Beginn der Amtszeit, der übernächsten Amtszeit. Also da merkt man auch, wie lange solche Projekte dauern. Also vieles von dem, was in den nächsten fünf Jahren, die Sie angesprochen haben, realisiert werden wird, ist eigentlich jetzt schon auf den Weg gebracht worden. Und Wohnraum, Infrastruktur, Verbesserung, auch in Sachen Mobilität zu schauen, welche Entwicklungen können wir unterstützen, Radwege zusätzlich zu bauen und vor allen Dingen in ihrem Zustand zu verbessern. Da ist eine Menge zu tun, ÖPNV, da wird sich vielleicht haben wir bis dahin dann den 10-Minuten-Takt auf der Linie 18, was wir uns alle wünschen würden. Und die Linie könnte ein bisschen pünktlicher sein. Also da gibt es sicherlich noch einiges, was wir bewältigen oder was in den nächsten fünf Jahren kommen muss. Wir werden es sehen. Bornheims Bürgermeister Wolfgang Hänseler zum Abschiedsinterview bei Radio Bornrhein-Sieg. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank.